In die Stollenberg. Zunächst wird der Heimvorteil, wenn man das Heimvorteil nennt. Und er kann erneut in dieser Halle. Und jetzt wird die Gelände nicht. Und der Lachsprohn. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel an. Der Sport, der in dieser Halle abläuft, im vergangenen Wochen mit der Europa-Cutte. Und jetzt ist schon in das Finale. Und jetzt eben das Finale der Kunde. Genau. 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 Und dann vielleicht zu abruptes Ende. Ja. Vielen Dank.